Der Schreinermeister Eder Der Schreinermeister Eder Und gib Acht auf den Kern, gell? Kern ist niemand gern Das reimt sich schon wieder Kern ist niemand gerne Das reimt sich, das reimt sich Ich spuck sie in die Ferne Das reimt sich auch noch Kern ist niemand gerne Ich spuck sie in die Ferne Bis zum fernen Sterne Das ist ein schönes Gedicht Also, dass du die Kerne da in der Gegend Umeinander spuckst, das brauchst du auch wieder nicht, gell? Kannst du das doch da auf den Sägespänen Haufenlegen Nein, 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 das kann ich nicht Weil ja sonst meine schönen Sägespäne Voller Kerne werden Und meine schönen Kerne Voller Sägespänen Heb den Kern auf Sonst tritt dich drauf und rutsch aus Das willst du doch auch nicht, oder? Nein, das will ich nicht Ich hebe den Kern auf Und lege ihn auf die Hobelbank Da Herrschaftszeiten Da kann ich doch den Kern auch nicht brauchen Aber in den Hobelspänen Kannst du ja auch keinen Kern brauchen Und auf der Kommode Da kannst du auch keinen Kern brauchen Wo kannst du eigentlich Kerne gebrauchen? Nirgends, Pumuckl Gibt es eigentlich jemand, der Kerne braucht? Nein Aber warum sind dann überhaupt diese Kerne in den Zwetschgen drin? Wenn sie keiner braucht? Mein Pumuckl Damit es neue Zwetschgenbäume gibt Aus Zwetschgenkern wachsen Zwetschgenbäume Ui Ui Ui, dann will ich jetzt einen neuen Zwetschgenbaum haben Okay Da musst du aber lang warten, Pumuckl Komm, wirken weg Also so etwas Schönes wie einen Zwetschgenwerdebaum Darf man doch nicht einfach wegwerfen Ja, dann hängt er von mir aus um den Hals Ja, man kann doch einen Kern um den Hals hängen Kein Mensch kann das Und ein Kobold kann das auch nicht Außer Ui, ja Du machst mir eine Kette Machst du mir eine Kette dran? Nein Das habe ich mir gleich gedacht, dass du das nicht tun willst Aber vielleicht machst du mir eine Halskette ohne Zwetschgenkern Geht zu, Halsketterl Das tragen doch nur Mädel Und Kobolde Weißt du, alle, alle meine Ur-Ur-Ur-Ur-Aahnen Haben Halsketten getragen Und du tragst keins, Punkt Gut, dann werfe ich den Kern auf den Boden Pum, Pumuckl, lass das sein Gut, dann lege ich den Kern in dein Bett Dann wächst da ein Zwetschgenbaum aus deinem Bett Und du kannst nie mehr darin schlafen Und den zweiten Kern, den lege ich in die Küche Und dann wächst gleich neben dem Herd noch ein Zwetschgenbaum Und überall, überall Lass ich Zwetschgenbäume wachsen Hier neben der Säge Und hier neben der Hobelbaum Pumuckl, gib jetzt ein bisschen Ruhe Nein, ich gebe keine Ruhe Eine Kundschaft kommt Lass das mit den Kern dabei pitchen Ja, das sieht ja sonst so aus Als täte ich alle Kern nur so in der Gegend rumspucken Ja, aber wenn die Kundschaft ein bisschen wartet Dann gibt es doch Zwetschgenbäume Pumuckl, ich hab dich ein bisschen auf den Arm genommen Wieso auf den Arm? Es wird aus einem Zwetschgenkern bloß ein Baum Wenn man ihn in die Erde steckt Sonst nicht Och, und ich hab mich schon so gefreut Dass die, die, die Da, da, hast du deine dummen Kerne Und so landeten ein paar Kerne wieder auf dem Boden Und der Meister Eder gab ihnen schnell mit dem Fuß noch einen Stups Sodass sie ins Abfallholz kullerten Gerade noch bevor die Frau Gruber Mit ihrem Töchterchen Erika in die Werkstatt trat Beide, der Meister Eder Ebenso wie der Pumuckl War nicht gerade rosig aufeinander zu sprechen Aber das wäre schnell vorübergegangen Wenn nicht durch die Frau Gruber Und die kleine Erika etwas Neues hinzugekommen wäre Etwas, das zunächst weder mit Zwetschgen Noch mit Zwetschgenkernen etwas zu tun hatte Die Frau Gruber gab dem Meister Eder den Auftrag Ein kleines Schreibpult für die Erika zu schreinern Das genau unter das Fenster des Kinderzimmers passen sollte Und die Erika wusste ganz genau, wie sie das Pult haben wollte Sie konnte es sogar ein bisschen aufzeichnen Ja, ganz genau kann ich mir das vorstellen Da sollen wir einfach die Schulbücher reinstecken können Und da soll eine Schublade mit einem Schlüssel hin Ein Geheimfach, gell Erika? Und der Schlüssel dazu soll so klein sein, dass ich ihn da an mein Armband noch hinhängen kann So klein? Ja, du Erika, das wird nicht gehen Außerdem hast du doch an deinem Armband Lauter so schöne Silbersachen hängen Da passt ja so ein Schlüssel Auch wenn er ganz klein wird, gar nicht dazu Das ist doch alles echt Silber, nicht wahr? Wissen Sie, immer zum Geburtstag und zu Weihnachten Da schenkt er die Oman silbernen Anhänger Bald geht schon nichts mehr hin Mei, sind die wunderschön Der kleine Pudel da Und der Bierkrug Den schiefen Turm hier Den hat mir der Papa von Pisa mitgebracht Mein Mann ist dienstlich viel unterwegs Und da schaut er natürlich auch immer, ob er nicht sowas zum Hinhängen mitbringen kann Ja, dann brauchst du ja eine extra Schublade für deinen Schmuck, Erika Ha, sieht, hätte mir gefallen, Herr Eder Den Schmuck, den bringen wir leicht vorerst noch in einen Schachtel So, dann gehen wir mal da rüber und suchen uns das Holz aus Als Mutter und Tochter nach ungefähr einer Viertelstunde weggingen Saß der Pumuckl in seiner Schaukel und schaukelte so hoch er nur konnte Hey Pumuckl, hey, fall mir nicht raus Nein, nein, ich falle nicht hinaus Nichts fällt nirgends hinaus Alles fällt nur hinunter und hinein Und mir fällt manchmal etwas aus Ja, was denn? Vielleicht einmal was Gescheites Zum Beispiel die Zwetschgenkerne aufheben Zwetschgenkerne? Ach, Zwetschgenkerne, die sind ja ganz langweilig Ich hebe sie sogar gleich auf und tue sie zum Abfall Ja, ich brauche auch gar keinen Baum mehr Ja, das ist mir auch lieber Ich brauche keinen Baum Ich brauche nur noch Raum Für einen schönen Traum Pumuckl, wenn's so weit erschaukelt, wirst du ja noch seekrank Ich weiß nicht, ob ein voller Zwetschgenbauch die Schaukelei verträgt Ein voller Bauch verträgt das auch Guck, 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 das reimt sich schon wieder Und alles, alles, was sich reimt, ist gut Ja, ja Ist ein nettes Kind, die kleine Erika, gell? Die kleine Erika, ja, ja, das ist ein sehr nettes Kind Und ein Schreibpult mit einem Geheimfach zum Absperren, willst du sagen? Ja Ansprüchst den Kinder heutzutage Ja, zut, 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 zut Und einen Schlüssel willst du aber bei sich tragen am Ketterl Ja, an einem sehr schönen Ketterl Mit einem sehr schönen Deckel und Herzen und Krügel Die reinste Erlketterl Naja, also möchte der so ein Gebarmel am Abend nervös machen? Ja, man möchte das überhaupt nicht nervös machen Mich täte es lustig machen, ja, sehr lustig sogar Du, jetzt fang nicht wieder mit dem Thema Ketterl an, gell? Hast ja selber gesehen, dass sowas nur Mädchen anhaben Ja, ja, das hab ich gesehen, das hab ich sogar ganz genau gesehen Und außerdem, das muss ich dir auch sagen Ich hätt zu sowas gar kein Geld Das läppert sich nämlich ganz schön zusammen, was sowas kostet Ja, und weil du kein Geld hast und weil ich ein Kobold und kein Mädchen bin Krieg ich auch gar nie so schöne Sachen Gar nie, verlass dich drauf Ja, dann verlass ich mich eben darauf Obwohl man sich ja gar nie auf gar nichts verlassen kann, ich war Ja, und außerdem muss der Mensch auch nicht alles haben Ja, 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 und der Kobold auch nicht Und der Kobold auch nicht Und der Kobold auch nicht Schau, ich vergneif mir ja auch allerhand Ich hätt auch lieber eine Musikdrohe als mein alten Radio Und wenn ich die großen Farbfernseher in die Schaufenster sehe, dann denke ich mir manchmal, ob ich mir sowas nicht einmal leisten soll Aber man wird ja nicht glücklicher, wenn man alles hat Es muss allerweil was zu wünschen übrig bleiben Ja, ja, immer was zu wünschen Also ein Ketterl zum Beispiel Ja, oder ein Gamsbart am Hut oder sowas Das wollte ich schon als Junger und hab allerweil noch keinen Also einen Bart an einem Hut, das würde ich mir überhaupt nie wünschen Nein, 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 ich würde mir ja nicht mal einen Bart an einem Kind wünschen Ja, das ist ja ganz was anderes Die dümmsten Gartenzwerge tragen ihre Bärte nicht auf dem Hut Ja, das verstehst du nicht Aber wie gesagt, es lebt sich auch ohne genauso Ja, ohne Gamsbart sicher, aber ohne, äh, äh, ohne Also manchmal lebt es sich viel lustiger mit, mit einer, mit Zwetschgen Ja, und dass man nicht zu viel isst, gell? Aber darfst du doch noch eine nehmen Und ich muss jetzt da weiter arbeiten Der Pumuckl holte sich noch eine Zwetschge Und setzte sich dann auf die Kante seines Bettes Dabei ließe es sich sehr angelegen sein Die kleine Bettdecke besonders glatt zu streichen Eine etwas verwunderliche Beschäftigung Aber der Meister Eder achtete nicht darauf Plötzlich wurde die Werkstatttür aufgerissen Und die Frau Gruber kam herein Herr Eder? Ja, Frau Gruber, haben Sie was vergessen? Sagen Sie mal, bei Ihnen hat doch die Erika ihr Armkettchen noch angehabt Nicht wahr? Ja, freilich, sie hat mir es doch voller Stolz gezeigt Stellen Sie mir vor, das Ketterl ist weg Na sowas, hat sie es verloren? Ja, also ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das zugange ist Das Ketterl hat doch einen Sicherheitsverschluss Von allein kann das gar nicht aufgehen Vielleicht ist die Erika wo hängen geblieben Ich meine, dass das Ketterl abgerissen ist Die Erika sucht jetzt weinend die ganze Straße ab Oh je Herr Eder, bei Ihnen kann es nicht runtergefallen sein Ja, da können wir auf alle Fälle einmal schauen Gesehen habe ich zwar nichts, aber oft fällt sowas runter, wo man gar nicht dran denkt Wir können ja einmal suchen Also, da sind wir gestanden Ja Aber da ist nichts Nein, da ist nichts Aber schauen wir mal in die Hobelspenn So weit ist doch die Erika gar nicht rübergegangen Ja, könnte ja sein, dass man es mit dem Fuß weggestoßen hat Aber da ist auch nichts Ach, ich glaube, wir können die Sucherei bei Ihnen aufgeben Hier ist das Ketterl nicht Also, wenn es da sein sollt, Frau Gruber Dafür garantiere ich Ihnen, dass Sie es wiederkriegen Aber Herr Eder, da dran zweifle ich keinen Augenblick Sagen Sie mal, haben Sie eigentlich da in der kleinen Schiffsschautel irgendeinen Mechanismus Weil die immer so hin und her schaukelt Nein, nein, da bin ich bloß hingekommen Ja, also, das tut mir jetzt furchtbar leid Also entschuldigen Sie die Störung, Herr Eder Bütchen, Bütchen Vielleicht findet sich das Ketterl doch noch Ach, ich habe wenig Hoffnung Also, Wiederschauen, Herr Eder Auf Wiederschauen, Frau Gruber Oh, oh, das schöne, schöne Ketterl Jetzt ist es weg Pumuckl, sag mir es gleich Hast du da irgendwie deine Finger im Spiel? Meine Finger, das kann ich dir nicht nur gleich, sondern das kann ich dir sogar sofort sagen Meine Finger haben gar nichts im Spiel Pumuckl, verleg dich nicht drauf, jetzt irgendwelche Wortspielereien zu machen Du weißt genau, was ich meine Hast du das Ketterl? Aber du siehst doch, dass ich kein Ketterl habe Schau mich doch an Nirgends habe ich ein Ketterl Auch nicht irgendwo hin versteckt Bütchen, Pumuckl, sag's gleich, wenn's so ist Ich schimpf nicht, wenn's das gleich sagst Ja, aber ich kann doch nicht was sagen, bloß damit du nicht gleich schimpfst, oder? Du, sowas ist kein Spaß, sondern schlicht und einfach Diebstahl Diebstahl, die Diebstahl ist ein komisches Wort Stiebtal, Triebstahl, der Diebstahl, also findest du nicht auch komisch? Heißt das so, weil ein Dieb in einen Stall kommt, wenn man ihn erwischt? Nein, nein, das hat mit dem Stall überhaupt nichts zu tun, sondern mit Stehlen Und wenn du das Ketterl jetzt hast, nachher ist es gestohlen Sag noch einmal, hast's wirklich nicht Also immer soll ich alles haben Wer weiß, wo die dumme Erika das Kettchen verloren hat Nein, nein, nein Die soll doch besser Obacht geben Überhaupt, überhaupt, überhaupt Sollen Kinder keine so feinen Sachen haben Weil Kinder ja auch nicht alles haben müssen, nicht wahr? Das hast du selber gesagt Du hast gesagt, dass immer was zum Wünschen bleiben muss Und jetzt hat die Erika wieder was zum Wünschen Und bald wird sie merken, dass sie sich ohne Ketterl genauso gut lebt Wie mit Ketterl Ja, du hast aber gut aufgepasst vorhin Ja, ja, ich passe immer gut auf, sehr gut sogar Also zum letzten Mal Ja Du hast weder das Ketterl, noch einen Anhänger, noch sonst was Doch, 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 sonst was hab ich schon Was? Ich habe schrecklichen Durst, hab ich Und ich muss schnell einen ganz großen Schluck Wasser trinken Halt, halt, nie trinken Du hast doch gerade Zwitschgen gegessen Darüber habe ich gerade Lust Das Wasser ist gut Hörst nicht gleich auf Du kannst ja einen Magen zerreißen Ich habe doch gar nicht viel getrunken Na, das halberte Glasl voll Hoffentlich geht das gut Schau, da kommt die Erika ganz verweint über den Hof klaufen Jetzt suchst du wahrscheinlich den ganzen Hof ab Pumuckl, du könntest dir ein gutes Werk tun Und ihr unsichtbar ein bisschen suchen helfen Nein, 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 das kann ich nicht Ich bin nämlich kein Sucher, sondern ein Versteckekobold Menschen suchen viel lieber als Kobolde Grüß Gott, Herr Eder Grüß dich, Erika Bitte, Herr Eder Sie haben das auch mit mich gewohnt Nein, Erika, leider Ich habe überall geschaut Aber bei mir ist das Ketterl ganz bestimmt nicht Aber Du darfst gerne selber noch einmal nachschauen, wenn du willst Da hast du einen Besen Damit kannst du überall runterfahren Dass wir wirklich nichts übersehen haben Nie mehr wieder kriege ich so ein schönes Kätzchen Ja, vielleicht findet sie es doch noch Vielleicht gibt es jemand im Fundbüro ab Das glaube ich nicht Die Milchfrau hat gesagt, solche Sachen geben die Leute nie ab, wenn sie es finden Nein, nein, also das darf man nicht sagen Es gibt auch ehrliche Leute auf der Welt An die Ehrlichkeit sollen wir schon ein bisschen glauben Doch, komm, Erika Machst du ein Zwetschgen Danke, Herr Eder Warum schaukelt denn die Schaukel immer? Nein, die reagiert auf jeden Luftzug Haben Sie eine Puppe? Nein, warum? Weil da ein Puppenbett steht Was für eine lustige Bettdecke Au! Was hast du denn? Wie ich die Bettdecke angerührt habe, hat mich was gezwickt Oder gestochen? Ist das Bett denn ein Nagelkissen? Eigentlich nicht, aber Es kann schon sein, dass dich da was gezwickt hat Ich gehe jetzt wieder Ich halte dir einen Daumen, dass du deinen Ketterl wieder findest Auf Wiedersehen, Herr Eder Auf Wiederschein, Erika Also, Pumuckl, das hätte es jetzt auch nicht gebraucht Dass du gleich loszwickst, nur weil die Erika ein bisschen an dein Bett hingekommen ist Ich mag das nun mal nicht Und wenn ich was nicht mag, dann zwicke ich Und dann, ah, da zwickt mich was Da zwickt mich was Aufhören Mich zwickt es in meinem Bauch, da ganz innen drin Ja, siehst du, das habe ich es nicht gesagt Wasser und Zwitschgen Aber du kannst ja nicht folgen Mich zieht es ganz zusammen Und mich zieht es gar nicht mehr auseinander Ja, das wird jetzt keinen kleinen Durchmarsch geben Komm, Pumuckl Ich will keinen Durchmarsch, ich will ja nicht mal einen Durchspaziergang, will ich Ah, ah, es zerreißt jetzt meinen Magenbauch, oder? Nein, 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 komm Vielleicht ist es gut, wenn du dich gleich ein bisschen hinlegst Komm, da leg dich in dein Bett Nein, 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 da leg ich mich nicht hinein Oh, oh, jetzt zwickt mich jetzt schon fast gar nicht mehr Geh, geh, ich sehe dir es doch an Ganz kassig bist du im Gesicht, komm her Nein, nein, nicht das Blumen hochheben Nicht hochheben das Bett Tuch da Die Da liegt ja das Ketterl Ja, der liegt ja sehr komisch Das Ketterl liegt ja da Die Pumuckl Oh, 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 mein Bauch, mein Bauch Pumuckl Ich muss schnell rausgehen, ganz, ganz schnell Nein, das musst du jetzt nicht Doch, doch, aber die Zwetschgen Die Zwetschgen wollen alle wieder zum alten Hals Das ist mir wurscht Du hast also das Ketterl gestohlen Und dann hast du mir frech ins Gesicht gelogen Wo ich dich fast gebittet habe, dass du die Wahrheit sagen sollst Aber ich habe doch das Ketterl gar nicht gehabt Mein Bett hat doch das Ketterl gehabt Red, kein so Sau, du misstzeugt daher Gestohlen hast du es Und das ist mein kleiner Pumuckl Mein Hausgeist Und ich glaube ihm Ich habe es doch gar nicht gestohlen Ich habe es doch nur aufgehoben Red nicht Und zum Dieb hättest mich jetzt fast gestempelt Nein, nein, das, das hätt ich ganz bestimmt Die kleine Erika wollte schon das Blimo hochheben Was meinst, was passiert wär, wenn sie's hochkommen hätt Und das Ketterl wär da gelegen Da wär's gelegen, versteckt Von wem wohl? Doch bloß von mir ist ja sonst keiner da als ich Ja, aber, aber, aber Ich hab doch die Erika noch rechtzeitig gezwickt Mhm, wenn du dir das jetzt auch noch als Verdienst anrechnest Nein, nicht die Oh, 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 mein Bauch Oh, ich sterbe gleich Ja, oh, 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 fast gleich bin ich mausetot Das ist mir wurscht Und von mir aus zreist ich Oh, 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 oh Was das für mich bedeutet, wenn die Erika zu ihrer Mutter sagt Der Eder hat das Ketterl versteckt gehabt Und wenn die Frau Gruber weitererzählt Der Eder stiehlt Ja, aber ich hätte es doch wieder zurückgegeben Ich wollte es doch nur so ein kleines bisschen Hör jetzt mit der Liegerei auf Kein Wort will ich mehr von dir hören Ja, aber, aber ich hab, ich hab doch Ich will dich überhaupt nicht mehr sehen, nie mehr Unter meinem Dach ist kein Platz für einen Dieb Weg damit, der Schaukel Und weg mit dem Pit Nein, nein, bitte, bitte, bitte nicht Ja, und jetzt bring ich das Ketterl zurück Und heute lüge ich mich das letzte Mal aus einer Verlegenheit raus In die du mich bringst Ich sag, ich hab's auf dem Hof gefunden Und bis ich zurückkomme, bist du verschwunden, verstanden Oh, 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 mir ist so schlecht Ja, wird das schon wieder besser werden, wenn's unsichtbar bist Ich muss raus, ich brauch Luft, sonst passiert was Oh, bitte, 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 ich sterbe Such da jemanden anders, der ein Mitleid hat mit dir Bis ich wiederkomme, bist du weg, verstanden Oh, 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 oh Das hab ich, das hab ich doch gar nicht so böse gemeint Das hab ich doch bloß versteckt Damit die Menschen was zu suchen haben Kobolde verstecken nun mal gern Und Kobolde hüten gerne Schätze. Alle Klabauters haben immer Schätze gehütet. Jawohl, in Höhlen. Jawohl, in Betthöhlen. Und jetzt soll ich gehen. Ich weiß doch gar nicht, wo ich hingehen soll. Aber ich gehe. Jawohl, ich gehe. Ich will kein bisschen mehr hierbleiben. Es gibt ja viel liebere Schreiner und auch viel scheunere Schreiner. Und auch größere Schreiner. Und wenn ich nicht mehr sichtbar wäre, dann kriege ich auch kein Bauchweh mehr und keine Zwetschgen und keinen Hunger und kein Bett und keine Schaukel. Ich will das alles auch überhaupt nicht mehr haben. Nie mehr. Nie mehr. Nie mehr. Und jetzt gehe ich. Jawohl, ich gehe. Einfach fort gehe ich. Und ich komme nie mehr wieder. Nie, nie mehr. Ja, und dann ist der Pumuckl weggegangen. Über den Hof, am Kastanienbaum vorbei und zum Hoftor hinaus auf die Straße. Als der Meister Eder von der Frau Gruber zurückkam, die Freude der Erika über das wiedergefundene Kettchen könnt ihr euch wohl vorstellen, da lag noch das Bettchen am Boden und als der Herr Eder sich kurz umsah, wusste er gleich, dass kein Pumuckl mehr da war. Es war vollkommen still im ganzen Haus. Der Meister Eder nahm ein Brett, maß es sorgfältig ab und begann es zurecht zu sägen. Nur ein einziges Mal wischte er sich über die Augen, kurz und energisch. Das war alles. Der Pumuckl aber ist nach dem Krach zum Hof hinausgelaufen und dann die Straße entlang getrottet und hat vor sich hingemault. Und überhaupt, es gibt noch viel liebere und viel bessere und viel schönere Schreiner, jawohl, wo viel mehr Holz und viel mehr Sägespräne ist. Und ich brauche gar kein Bett. Es ist viel bequemer, unsichtbar zu sein. Und schaukeln kann ich auch auf Höhe. Ach nein, ich will überhaupt nicht mehr schaukeln. Nein, es ist ja langweilig. Macht doch keinen solchen Lärm da. Kann ja sonst nicht hören, ob irgendwo eine große Schreiner Säge sägt. Ich will nämlich da, dahin gehen, wo eine Säge sägt. Aber wartet nur, ihr dummen Autos. Gleich gehe ich in eine ganz, ganz kleine Straße, wo es ganz, ganz wenig Autos gibt. Und da werde ich dann einen feinen Schreiner finden, der noch gar keinen von meinen feinen Späßen kennt und wo es dann sehr lustig wird. Jawohl, sehr lustig. Der kleine, unsichtbare Pumuckl lief kreuz und quer durch kleine und große Straßen und guckte in viele Hinterhöfe, aber nirgends fand er eine Schreinerwerkstatt. Schließlich war er im Kreis gelaufen und stand gar nicht weit von Meister Eders Werkstatt entfernt. Vor der Eckwirtschaft wurde Herr Eder sich ab und zu mit befreundeten Handwerkern bei einem Glas Bier trifft. Dem Herzen von Pumuckl gab es einen kleinen Stich und er blieb unwillkürlich stehen. Die haben immer gelacht, diese dummen Leute, wenn Meister Eder was vom Pumuckl gesagt hat. Aber ein paar Mal haben wir zuletzt gelacht. Die Sache am 1. April damals. Und da kommt ja, das ist ja, das ist ja der Herr Schmidt. Der hat immer ganz besonders viel gelacht. Da gibt es vielleicht jetzt wieder für mich was zu lachen, wenn ich... Ich glaube, ich muss gar nicht unbedingt Hobelspäne haben, sondern vielleicht mal Autospäne oder Motorspäne. Ganz bestimmt gibt es in einer Autowerkstatt auch irgendwelche Späne. Und ich lerne nicht nur schaukeln, sondern ich lerne auch Autofahren. Und überhaupt muss der Herr Schmidt ein bisschen geärgert werden. Also jetzt schnell, schnell ihm nach. Hui, 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 hui. Und schon lief der Pumuckl dem ahnungslosen Herrn Schmidt nach. Der Herr Schmidt betreibt eine Autowerkstatt gleich zwei Straßen weiter und er wohnt, ähnlich wie der Meister Eder, im ersten Stock über der Werkstatt. Der Herr Schmidt ging zuerst in die Werkstatt und dann in die Wohnung. Nun, die Werkstatt mit ihrem Geruch nach Benzin und Öl war nicht ganz nach Pumuckls Geschmack und so lief er schleunigst mit in die Wohnung. Da gefiel es ihm schon wesentlich besser. Genau gesagt, es gefiel ihm so gut, dass er auf der Stelle wieder Lust am Schabernack bekam. Und zwar fing er mit einem seiner ältesten Späße an, dem Schlüsselverstecken. Der Herr Schmidt hatte die Werkstatt abgesperrt und sagte oben in der Wohnung zu seiner Frau, Eli, Eli. Ja? Ich muss jetzt noch einmal weggehen. Das Auto vom Dings vom... Na, wie heißt er denn gleich? Bedermeier wahrscheinlich. Ja, von dem. Also das kann er abholen. Ich muss schnell in die Bergstraße. Da ist einer hängen geblieben mit seinem Wagen. Irgendwas mit der Kupplung. Ja, ja, geh nur zu. Ich bin ja da. Ja, hör schon auf Zeiten, wo sind denn meine Autoschlüssel? Wo werden sie denn schon sein? In deiner Hosentasche. Nein, in der Hosentasche sind sie nicht. Ja, nachher wirst du sie im Mantel haben. Im Mantel? Im Mantel? Na? Na, du, da sind sie auch nicht. Jetzt geht zu. Du hast doch noch ein zweites Ballschlüssel. Die hängen vorne im Gang. Im Gang, im Gang. Na? Im Gang nix hängt da. Im Gang. Jetzt mach mich da nicht narrisch. Ich hab's doch selber hingehängt. Ja, das ist schon möglich. Selber hingehängt. Weiß der Teufel, was du das hingehängt hast. Aber nicht da her. Du. Du. Und überhaupt, hast ja du ein Wagenslitz gehabt. Ich? Ja, du. Na. Na ja, ich kann ja mal in meine Handtaschen schauen. Die Frauen und ihre Handtaschen. Was da alles drin verschwindet. Also in meiner Handtaschen sind die Autoschlüssel nicht. Ja, Himmeltonnerwetter. Es können doch nicht gleich alle zwei Paar Schlüssel verschwunden sein. Das gibt's doch nicht. Ja, wärst du halt in der Werkstatt wieder, wer weiß, wo hingelegt hat. Nein, ich weiß ganz gewiss, dass ich's in der Werkstatt nicht, wer weiß, wo hingelegt hab. Nicht wahr? Ich weiß ganz bestimmt, dass ich die Autoschlüssel noch vor der Wohnungstür da in der Hand gehabt hab. Weil ich nämlich versehentlich mit dem Autoschlüssel die Tür aufsperren wollte. Also was du, Alwe, deinen Kopf hast. Jetzt rat nicht, wo mein Kopf ist, sondern hilf mir suchen. Die Schlüssel müssen da sein. Jetzt fahr mich doch nicht so an. Ah, da sind sie ja. Unter dem Schrank schauen sie vor. Da. Unter dem Schrank? Wer wird da hinkommen? Ja, also, mir präsiert's. Bis später. Servus, Elli. Ja, ja, ich komm ja schon. Mein Gott. Elli, die Werkstattsschlüssel hab ich nicht. Ich muss noch was aus der Werkstatt holen. Du, die muss in die Küche auf den Tisch gelegt haben. Ja, was? Elli? Hm? Hast du die Werkstattsschlüssel wegräumt? Ich? Ja, du bist gut. Ich hab ja die Schlüssel überhaupt nicht in der Hand gehabt. Ja, Himmi, Donnerwetter. Jetzt wär aber narrisch. No, 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 no. Wo sind jetzt die Werkstattsschlüssel? Ja, vielleicht zuckst du gleich am Boden. Ach, mir tut ja nur dein Mensch leid, der auf dich warten muss. Ja, das Mitleid kannst du sparen. Wo hast du den Schlüssel hin? Wenn ich dir sag, ich hab ihn nicht. Aber vielleicht zuckst du gleich ein bisschen systematisch. Wo bist du gestanden und wo hast du was rausgeholt? Moment, ein Bierglaschen hab ich rausgeholt. Nein, nein, also, dann hast du den Schlüssel vielleicht in den Schrank reingelegt. Ach, zerstreit, wie du bist. Ah, da, da ist er ja. Tatsächlich, im Geschirrschrank. To, aber jetzt geh endlich. Ja, Himmi, Donnerwetter, wer läuft denn da so narrisch? Ja, Moment, ich komm ja schon. Aha. Und schon wieder keiner da. Ja, laus, Buben, Elendige. Jetzt brauchen wir Zigaretten. Ja, wo haben wir's denn? Ja, jetzt bist du noch immer da. Was suchst du denn schon wieder? Ich stell dir vor, meine Zigaretten sind weg. Ach, wennst du jetzt auch noch anfängst, deine Zigaretten suchen, dann wächst deine Kundschaft auf der Straße an. Red nicht so lang, schau halt auch. Steh doch nicht so rum, Hilde. Oh, du hast heute einen feinen Tag. Die kann man halt wo hinlassen. Ihr könnt euch vorstellen, wie sich der Pumuckl da ins Fäustchen geracht hat. Überflüssig zu sagen, dass er auf die Klingel gedrückt und die Zigaretten in den Papierkorb geworfen hat. Der Meister Eder hat den ganzen Tag wie wild gearbeitet. Er hat sogar Arbeiten in Angriff genommen, die noch ein paar Wochen Zeit gehabt hätten. Und während des Arbeitens redete er sich heftig ein, dass es doch ungeheuer angenehm sei, nicht immer von einem Kobold gestört zu werden. Nur nach Feierabend, da nützte ihm dieses Einreden wenig. Es war so unheimlich still im Haus. Selbst das aufgedrehte Radio half nichts, denn schließlich kann man mit einem Radio nicht reden. Da fiel dem Meister Eder der Stammtisch ein. Er zog seinen Mantel an und ging in die Eckwirtschaft vor. Und tatsächlich waren sie alle versammelt. Der Schlosser und der Spengler und der Mechanikermeister Schmidt. Ja, der Eder, kommst du auch einmal wieder? Bist du auch beieinander? Ja, hörst du auch. Aber wie viel? Die sieht man ja gar nicht mehr. Hast du viel zu tun? Ja, an Arbeit fehlt es nicht. Ich will sehen, wie das ist. Mei, Eder, heute habe ich an dich gedacht. An mich? Warum? Ja, eigentlich weniger an dich, als wie an dein Kuhbuckel oder wie er heißt. Geh, hör mal mit dem auf. Du wirst doch die Spinnerei mit dem Kobold nicht aufgeben haben, Eder. Doch, die habe ich aufgenommen. Ach, und wie das? Jetzt, wo wir uns alle so schön an dein Sparren mit dem Dubu gegründet gehabt haben. Ja, mei, alles geht einmal zu Ende. Du, aber ich glaube, ich habe ihn von dir geerbt, Eder. So, was? Also, was heute bei mir alles los war, nichts zum Beschreiben. Kein Schlüssel war zu finden, die Zigaretten waren weg, ich weiß gar nicht mehr alles. Und wo wir allweil das Zeug gefunden haben, an Stellen, ich schwöre es, wo es kein Mensch hingelegt hat. Danke, Werder. Ich bin heute Abend zu euch an Stammtisch, weil wir den schönsten Krach daheim haben. Ja, du, das könnte vielleicht schon sein, dass er bei dir ist, der Pumuckl. Warst du heute irgendwann einmal da in der Gegend? Ja, da in der Wirtschaft war ich und habe ein Bier geholt. Um wie viel Uhr? So um die Mittagszeit. Ja, um die Zeit habe ich ihn ausgeschmissen. Was, ihn ausgeschmissen? Hör auf mit dem Kram. Nein, das war kein Kram, verhaftig nicht. Die Geschichte hätte mich beinahe um meinen guten Ruf als ehrlichen Menschen gebracht. Danke, mach witz. Was nicht sagst du, ich erzähle, komm. Also, das Töchterl von der Kundschaft hat ein Armband gehabt, ein Silbernis mit vielen Anhängern, wisst schon. Ja, ja. Und das war plötzlich weg. Also, jetzt wird es spannend. Ja, wir haben überall gesucht, nichts. Und wie ich allein war, habe ich einen Pumuckl gefragt. Der hat ganz scheinheilig getan. Und dann war das Armband in seinem Bett. Ach, geh, geh, hör auf. Wir sind doch kein Kindergarten. Also, Eder, du bist einmalig. Das kann man wohl sagen. Ich erzähl's ja nur, damit der Schmidt weiß, was ihm bevorsteht. Eder, ich frag heute Abend beim Pumuckl, ob das wahr ist. Ja, das wirst du fragen und sag ihm gleich, dass ich ihm bei dir einen guten Aufenthalt wünsche. Du, schau an Schmidt an, was er für ein Gesicht macht. Der ist im Stand, du glaubst. Aber woher denn? Aber wenn ihr das erlebt hättet, was ich heute erlebt hab, ihr tätts auch an alles Mögliche glauben. Leute, dann trinkt man einen auf den Quartierwechsel vom Kuhpum. Ja, das machen wir. Prost. 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 Sie tranken recht kräftig, die Herren vom Stammtisch. Am meisten aber der Herr Schmidt, der das Unbehagen, vielleicht doch einen Kobold zu Hause zu haben, hinunterschwemmen musste. In vorgerückter Stunde kam er nach Hause. Die Schlüssel nimmt er mir nicht weg, weil ich die jetzt da herhäng an den Schlüsselhaken. Und die Autoschlüssel sperre ich in das Kastl da. So. Und den Schlüssel von dem Kastl, den nehm ich mit in meiner Kastl. Wollt man da sehen, ob da ein Pumuckl ist oder nicht? Hast du gehört? Pumuckl? Sag's doch gleich, wenn's da bist, nachher, rieb man ein Württel miteinander. Und zwar ein deutliches. Kannst du nicht meinen, dass ich so ein Theater mitmach? Ich, echt? Ich bin nämlich nicht so, so deppert wie der Eder. Zu dem passt sowas narrisch wie der Kobold. Aber zu mir nicht. Verstanden? Verstanden? Sag einmal, was redest du denn so laut da draußen? Du wächst ja ein Jahr aus dem tiefsten Schlaf. Eri, ich rede für den Fall, dass wir einen Kobold im Haus haben. So, und ich rede jetzt für den Fall, dass du zu tief im Bierkruck reingeschockt hast. Mach schleinigst, dass du in dein Bett kommst. Und bist morgen den ganzen Tag grantig. In Ordnung. Ich muss nur noch einen schönen Gruß ausrichten. So, von wem denn? Vom Eder. An mich? Nein, an den Pumuckl. Einen schönen Gruß und er wünscht ihm einen guten Aufenthalt bei uns. Jetzt ist aber genug, gell? Ja. Schlaf deinen Schwips aus und nachher immer weiter. Aber nicht von so einem blöden Koboldsquatsch. Wenn die Frau Schmidt geahnt hätte, dass der Pumuckl bei dem Gespräch mithörte, hätte sie das vom Koboldsquatsch nicht gesagt. Dem Pumuckl standen auch prompt ein paar Haarbüschel vor Empörung zu Berge. Aber nicht nur Empörung war ein Pumuckl, sondern noch etwas, das ein bisschen weh tat. Der Gruß vom Meister Eder. Als das Ehepaar ins Bett gegangen war, hockte der kleine Kobold in der Ecke von der Couch im dunklen Wohnzimmer und es war ihm alles andere als behaglich zumute. Es ist gar kein schöner Gruß, es ist ein dummer Gruß und ein dummer Wunsch. Einen guten Aufenthalt. Ich will gar keinen guten Aufenthalt, sondern einen lustigen will ich ja wohl. Bei netten Leuten und nicht bei Leuten, die Koboldsquatsch zu mir sagen. Blöder Koboldsquatsch. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Denen werde ich's zeigen. Euch werde ich's... Oh, 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 oh. Morgen früh werde ich's euch zeigen. Oh, oh, oh. Jetzt will ich schlafen. Oh, 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 oh. Wo kann man denn hier schlafen? Keine Sägespäne da. Kein Bett. Gar nichts. Kein bisschen nach Holz riecht es hier. Ohne Holz können Kobolde gar nicht schlafen. Oh, obwohl ein Einschlafgedicht was nützt. Beim Dichten bin ich schon sehr oft eingeschlafen. Also jetzt fange ich an zum Dichten. Ich will schlafen, Augen zu. Ich will träumen, Flux im Nu. Ich will schnarchen, oh, oh, ui. Bis zum Morgen in der Früh. Das ist ein schönes Einschlafgedicht. Ob Automache Meister Gedichte mögen? Und Meister Eder hat alle, alle Gedichte hat der Meister Eder sehr schön gefunden. Jawohl, alle. Fast alle. Meister Eder ist gar nicht deppert. Und ich bin gar nicht was Narrisches, was bloß zu ihm passt. Ich passe überall hin. Wohl. Überall. Nicht nur zum Meister Eder. Ihr werdet's morgen schon sehen, wo ich überall hin passe. Der Pumuckl schlief in der Nacht nicht sehr gut und seine Träume drehten sich alle um eine gewisse Schreinerwerkstatt. Aber auch der Meister Eder schlief nicht sehr gut und wenn eine Weile wach lag, drehten sich seine Gedanken um einen gewissen Kobold und ob der wirklich beim Stammtisch Freund Schmidt war. Und wenn irgendetwas im Haus knackte, dann horchte der Meister angestrengt, ob nicht der Pumuckl sein konnte, der wieder leise heimgekommen war. Einmal stand er sogar auf und schaute in das Pumucklbett. Aber es war leer. Der Meister Eder drehte es in seinen großen Händen hin und her und stellte es dann entschlossen wieder auf seinen Platz und murmelte. Ist gut, dass das vorbei ist. Ich bin ein alter Mann und da braucht man sehr Ruhe. Morgen trage ich das Bettel auf den Speicher. Aus. Vorbei. Oder, was vielleicht noch besser ist, ich bring's am Schmidt mitsamt der Schaukel. Nachher hab ich's los und der Pumuckl kann machen, was er will. Wenn er dort ist. Wenn nicht, naja, nachher ist's auch wurscht. Am nächsten Morgen hatte der Pumuckl eine Menge zu tun. Ein weiches Frühstücksei kullerte auf den Boden, die Kaffeetasse flog um und ergoss sich über das Kleid von Frau Schmidt, während dem Herrn Schmidt der volle Marmeladelöffel auf die Hose fiel. Dann fand der Herr Schmidt den Schuhlöffel nicht und die Schnürsenkel gingen dreimal wieder auf und eine Schublade ging um die Welt nicht zu, weil sich was verklemmt hatte. Die Autoschlüssel waren da, aber das Feuerzeug war wieder weg. Das Ehepaar Schmidt war so nervös von all dem, dass sie sich richtig in die Haare gerieten, bis der Herr Schmidt plötzlich sagte, Eli, es hat doch keinen Sinn, dass wir uns dauernd anblären. Das geht alles nicht mit rechten Dingen zu, das sag ich dir. Das ist doch alles nicht normal. Hör doch mit dem Schmarrn auf, nicht normal. Blau warst du gestern und heute hast du einen Tatterich und fünf Daumen, das ist alles. So, ja und was hast denn du? Mir ist noch heute früh das Ei runtergefallen. Und wer hat denn die Tassen umgeschmissen? Ja, weil du mir sogar keinen Fuß machst. Ja und deine Brüchen? Hast du die inzwischen gefunden? Nein, aber die finde ich schon und verlass dich drauf. Ah! Du, Eli, an den Topfdeckel ist kein Mensch hingekommen. Ich hab direkt gesehen, wie er gestoßen worden ist. Ja, jetzt hör doch auf damit. Willst du denn du mich ins Irrenhaus bringen? Der Topfdeckel ist halt schief da gelegen. Das ist nicht der erste Deckel, der nunter fällt. Wenn jetzt auch noch das Dauerklingeln anfängt, wie geht's denn nachher? Nichts Dauerklingeln. Wer sieht, dass ein Kunde vor der Tür steht? Ja, der Herr Eder. Grüß Gott, Frau Schmidt. Sie kommen mir gerade recht. Kommen Sie nur rein. Sie haben mir meinem Mann einen sauberen Floh ins Ohr gesetzt. Was Gescheites fällt euch auch am Stammtisch nicht. Ey, mein Mann ist ja von Natur aus schon so abergläubig. Und jetzt verzeihen Sie ihm so einen Quatsch von einem Kobold. Seitdem fällt bei uns alles nunter, was nicht nid- und nagelfest ist. Ja, das tut mir natürlich leid. Servus, Schorsch. Servus, Franz. Was treibt denn dich schon in aller Früh zu uns? Ja, ich weiß nicht. Das wird mir der Frau jetzt verübeln. Aber es könnte ja sein, dass sie was nutzt. Was haben Sie denn da für ein Puppenbett? Ein Pumuckl-Sens. Herr Eder, also das geht mir jetzt doch ein bisschen zu weit. Ihr könnt sich ja an Spaß mit mir treiben, aber für dumm verkaufen lasse ich mich nicht. Es gibt keine Kobolde. Und damit aus. Ja, dann stellen Sie halt das Bettl als Zierde auf. Ich weiß ja auch nicht gewiss, ob der Pumuckl wirklich da ist. Aber wenn, ja, dann hat er das Bettl da viel mehr Sinn als bei mir. So, und wie wär's, Herr Eder, wenn Sie Ihren Kobold mitsamt dem Bettl gefälligst wieder mit heimnehmenden, und zwar auf der Stelle? Na, der soll nur ausprobieren, wie's woanders ist. Ja, aber nicht bei uns, gell? Nehmen Sie das Bettl wieder mit? Wissen Sie, Frau Schmidt, der Pumuckl kann schon nett sein, auch sehr nett sogar. Wenn Sie ihn sehen könnten, ich glaub, Sie wären ganz narrisch damit. Ich kann und will ihn aber nicht sehen. Ja, Sie müssten ihn nur dazu bringen, dass er sich hier irgendwo einzwickt oder dass er an irgendeinem Papp hängen bleibt. Dann wird er für Sie sichtbar. Wissen Sie, wenn den kleinen Kerl nie mehr irgendeinen Mensch sehen könnt, das wär schon schade. Herr Eder, Sie waren noch nie, sind Sie mir nicht böse, bei einem Nervenarzt? Nein, und ich hoffe auch, dass Sie ihn nicht brauchen, wenn der Pumuckl wirklich da ist. Herr Eder! Na, na, jetzt kommst nicht ihr auch noch in Streiten. Franz, lass das Bettl da. Ich hab eine Idee, wie wir deinen Kobold einfangen. Wenn's ihn wirklich gibt, nachher ist er bald in Ordnung. Aus dem Bettl mach ich eine Art Mausefalle, verlass die drauf. Und wenn ich ihn hab, dann verschick ihn per Luftpost nach Amerika. Na, 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 komm, gib mir das Bettl da lieber wieder mit. Nichts da. Ich mag keine Ruhe heute, Schatz. Und ich mag mir euren Unsinn nimmer länger mit anhören. Ich geh. Und ich komm erst wieder, wenn's ihr mit eurer Spinnerei aufhört. Die Frau Schmidt lief davon und ließ zwei verlegene Männer zurück. Aber noch jemand lief mit davon. Der Pumuckl. Wie er das Wort Mausefalle gehört hat und dass er als Luftpost verschickt werden sollte, packte ihn ganz einfach schreckliche Angst. Zu Recht. Denn dem Herrn Schmidt war das bitter ernst. Als Mechaniker wusste er, wie man Mausefallen macht. Der Meister Eder versuchte, ihm das Bett wegzunehmen. Aber der Herr Schmidt war schneller. Er sperrte das Pumucklbett in einen Kasten und steckte den Schlüssel ein. Dem Meister Eder blieb nichts anderes übrig, als nach einiger Zeit wegzugehen. Er machte sich auf dem Nachhauseweg die bittersten Vorwürfe. Und er hoffte inbrünstig, dass der Pumuckl das Gespräch gehört hatte und somit gewarnt war. Als der Meister Eder in die Werkstatt kam und die leere Stelle sah, an der zuvor das Bettchen gestanden war, seufzte er tief. Saudum war das von mir, dass ich das Bettal zum Schmidt getragen hab. Saudum! Der ist im Stand und zwickt den Pumuckl so ein, dass er halber der quetscht ist. Hoffentlich ist er nicht beim Schmidt, der Pumuckl. Nein, 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 der ist nicht beim Schmidt. Der ist zufällig hier. Ja, Pumuckl. Pumuckl. Ja, aber ich war beim Schmidt und dort war es sehr schön. Aber wenn du sagst, dass man mich einzwicken soll, dann ist es nicht mehr schön. Das ist sehr böse von dir, solche Sachen zu erzählen. Ich bin doch keine Maus. Und ich will doch nicht nach Amerika. Und schon gar nicht als Paket. Aber Pumuckl, das hab ich doch gar nicht wollen. Ich hab das Bett doch nur gebracht, weil ich mir gedacht hab... Und ich hab das Kettchen von der Erika auch nur versteckt, weil ich gedacht hab... Nein, 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 das war ganz was anderes. Ich hab dich rausgewissen, weil du beinahe meinen guten Ruf als ehrlichen Mann ruiniert hast. Ja, aber das hab ich doch gar nicht gewollt. Du wolltest mich ja auch nicht als Maus einfangen lassen und... Oh, mein Bett wird jetzt eine Mause fallen. Und ich wollte doch so gerne wieder den liegen. Ich hab die ganze Nacht ganz dumm geschlafen. Nur weil ich in mein Bett wollte und meine Schaukel. Und ich hab ein Gedicht gemacht. Ein Einschlafgedicht. Erika, die Schaukel wollte ich eigentlich auch dem Schmitt noch bringen. Damit er auch noch Mäuse schaukeln lässt. Nein! Dann setze ich mich ja gleich rein und gehe nie, 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 nie mehr raus. Ja, aber wenn du da nie mehr rausgehst, dann musst du ja doch wieder bei mir bleiben. Nein, nein, nein. Ich bleib nur bei der Schaukel. Ach so. Ja. Nur bei der Schaukel bleiben. Ja. Dann muss ich wohl die Schaukel auf irgendeinem Baum hängen. Schließlich haben wir uns doch für immer getrennt. Ja, jawohl, 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 für immer. Aber eine Schaukel auf dem Baum ist überhaupt nicht gemütlich. Im Winter ist da oft ein scheißlicher Wind. Ja, bist du ja nachher unsichtbar. Da macht sowas gar nichts. Und außerdem ist Schaukeln im Wind für einen Klabautermann was Wunderbares. Ja, 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 das ist vielleicht doch was, doch was sehr Wunderbares. Aber, aber, aber vielleicht, vielleicht möchtest du gerne mal ein schönes Gedicht hören. Und wenn ich auf einem Baum sitze, dann kannst du es ja gar nicht hören. Ja, ja, ein schönes Gedichterl wäre ja auch was Feins. Ja. Hast du überhaupt ein Gedicht auf Lager? Ja, 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 ich habe ein Lager. Ich habe ein großes Lager von schönen Gedichten. Hab ich, ja, also, also zum Beispiel so eins. Äh, 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 bin keine Maus, bin lieber zu Haus, bin kein Paket, lieg lieber im Bett. Äh, äh, oh, 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 kann ja gar nicht wieder in meinem Bett schlafen, das, das hat ja der Automachermeister. Ja, äh, muss halt. Obwohl ich mich doch so gefreut habe. Ja, musst halt vorerst in die Seegspin schlafen, das tust du doch auch gern. Ja, 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 also, weißt du, das, das ist ja ganz wie am Anfang von unserer Bekanntschaft. Weißt du doch, damals, also, da wie ich da nicht da kam. Genau, weiß ich es noch. Ja, ja, genau. Aber vielleicht sind wir jetzt wieder ganz am Anfang, weil wir es noch einmal miteinander probieren. Ach, probieren? Willst, willst du es, willst, willst du es noch einmal mit mir probieren? Was bleibt mir schon anders übrig? Ja. Wird schon sein müssen, dass du da bleibst. Ist da nicht was mit dem Koboldgesetz? Ja, 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 ein Kobold, ein großes Kobold. Also, ein Kobold, ein Kobold, ein Kobold muss bei dem bleiben, der ihn einmal gesehen hat. Das ist ein großes, großes Kobold. Na, also, Pumuckl, dann wollen wir uns nicht länger dagegen wehren. Und schleunigst eine Wurst verzehren. Ja. Das reimt sich, das reimt sich. Und was sich reimt, ist immer gut. Nun ja, da waren die zwei also wieder vereint. Und jeder war froh darüber. Der Mechanikermeister Schmidt aber hat keine Falle aus dem Pumucklbett gemacht, weil er sich vor dem Spot seiner Frau gefürchtet hat. Aber er ist nachts heimlich aufgestanden und hat ganz schnell einen Sack über das Bett geworfen und gewartet, ob was drin zappelt. Natürlich hat sich nichts drin gerührt. Trotzdem hat er den Sack zugebunden und ihn mitsamt dem Bettchen auf den Speicher gestellt. Als dann weder am nächsten Tag noch am übernächsten irgendetwas Ungewöhnliches passierte, glaubte er, vielleicht doch den Kobold gefangen zu haben, schließt sich auf den Speicher und brachte den zugebundenen Sack mit Samtbettchen zum Meister Eder. Dabei tat er so, als hätte er den Sack nur deshalb um das Puppenbett gewickelt, weil er es nicht beschädigen wollte. So ist nun alles wieder an seinem alten Platz. Das, klar, musste ja so kommen, sonst würden ja die uralten Kobolds-Gesetze keine Gültigkeit mehr haben. Und das ginge wirklich zu weit.